Ich glaube, da schafft keiner außer ich noch weiter oben als die nördlichste Stadt zu spawnen. Ne, das schaffst du nur du. Also das Lustige ist, ich kann es jetzt direkt sagen, weil ich hier schon irgendwie 5-6 Mal untertrieben gespawnt bin, letztes Mal, untertrieben. Du hast echt Glück mit dem Spawnsicht. Kann ich denn was? Können wir nicht irgendwie hier oben bei Razzino mäßig so Spiegel spielen? Man ist ein Team mit dem Rucksack. Töte den. Er ist bewaffnet. Töte ihn trotzdem. Einfach umhau mit den Fäusten. Lauf ich dem doch auch gleich in die Arme. Wo läuft der? Auf den Schienen? Ne, er ist... Es ist der Snapper von vorhin. Töte ihn. Ne, wo? Er hat sich verdrückt. Jetzt müsst ihr nur noch sagen, wo. Ja, wäre echt geil, ob der auf den Schienen läuft oder wo. Ja, zwischen... Auf der rechten Seite von dir aus gesehen, zwischen... Bei diesem einen Schild, zwischen Solnitschni und... Ja gut, ich stehe nämlich fast genau vor diesem Schild. Äh, ich renne mal in den Wald. Also wär's doch sicher noch Elektro gewesen. Jetzt hörst du dann... Zack, tot. Bist du tot? Ich bin tot. Mal wieder. Ja, ich meinte eigentlich irgendwie gerade, aber... Er redet mit mir. Was? Oh Gott. Es sind beide von vorhin. Sie sagen, sie wären friendly. Und einer hat mich angeschossen. Siehst du? Das sind sehr freundliche. Ja. Spinner. Er hat mir aber nur die Beine gebrochen. Auch nur... Ach, das ist doch... Alter, verarsch mich. Ja gar nichts. Jetzt bin ich wieder... Wenn sie dich da liegen lassen, kann ich zu dir kommen. Ja, das Problem ist, dass sie dann dir nicht hoffentlich nicht in die Arme laufen. Beziehungsweise, dass du ihn nicht in die Arme läufst. Hm. Ganz. Zwei Typen. Der eine mit Cowboy-Hüt. Und der andere. Laufen sie weiter, oder? Nein, sie sind bei mir. Der eine hat mir die... Der eine hat mich jetzt verpanagiert, aber ich hab trotzdem noch gebrochene Beine. Ja, ich kann dir mal vielen geben. Ja. Und, Torsten, nach dem Aufnehmen? Ja. Ja. Nach gestern lasse ich jetzt immer mitlaufen. Oh, jetzt ist hier noch ein Server-Neustart. Oh nein. Sie hat mir zumindest ein neues T-Shirt gegeben. Die wollen mich komplett verarschen. Ich bin irgendwo im Nichts gespawnt und gibt noch ein Server-Neustart. Leck mich, du Spiel. Leck mich. Wie leid ich lieb. Leck mich fett. Hallo, ist immer noch hier... Aufnahme. Egal. Wurscht. Aufnahme ist egal. 18 plus. Schreib sie hin. 98, halte die Ohren zu. Ich halte eh nicht die Ohren zu, ich kenn dich. Aber ich mein den 98. Ah, okay. Was zum Pluralgerät ist, deswegen war ich grad verwirrt. Ne, 98. Dacht schon, ich müsste dir das schon wieder erklären. Okay, der 98 hört glaub nichts. Leck mich, du verkacktes... Die Türken, auf sie zum Wald hoch. Da ist noch ein dritter Typ. Der hört zu. Nein. Ich seh die, ich seh die, ich seh die. Töte sie. Sie sind es. Waffe in die Hand, los, schießen. Nein. Doch. Die schießen gleich auf dich. Abknallen, abknallen. Die ist hier sofort tot. Du hattest grad runter. Ja, du bist tot. Voll ernst, oder? Voll ernst, klar. Du bist tot. Ja. Ich hab's dir doch gesagt. Tom, da draußen liegt noch ein Rucksack, den du sichern konntest. Ja, weil sie dir sofort entgegengekommen sind. So viel zum Thema. Du sagst, du sagst, sie laufen zum Wald und dann waren sie schon direkt da. Ja, sie sind grad auf einmal losgerannt. War noch nicht direkt da, da hat es genug Zeit, die Waffe zu ziehen. Ja, wenn mein Charakter das mal gemacht hätte. Tom, sichert auch den Rucksack von Green. Elektro. Was? Sichert auch den Rucksack von Green, der liegt da draußen noch. Also liegt noch schön. Okay, jetzt hat mich ein Newspawn bewusstlos geschlagen und der Sniper hat den Newspawn erwischt. Na toll. Können wir uns da eigentlich auch gleich erlösen. Also die wichtigsten Sachen hab ich vom Green jetzt schon mitgenommen. Danke schön. Aus dem Reihenz. Na gut, also ich kann auch noch die restlichen Sachen gesehen. Die geb ich auch nicht mehr her. Die restlichen Sachen waren aber zum Teil auch ruiniert und so ein Kran war. Ich glaub, da ist noch eine Pistole im Rucksack und noch die Küste, aber mein Inventar war voll. Und da Tom gar keinen Rucksack hat, kann er das immer geschenken. Ja, Tom, geh mal runter und hol mal den Rucksack. Ja, ich hab ihn schon gestickt. Sorry, nicht ernst nehmen, aber ich find's scheiße. Egal, wo ich spawne, ich spawne so ein Litchi. Den hab ich nicht aufgehört. Ich will auch. Ja, nimm rück mal V. Ja, schön, und ich spawne ins Letto. Nun, Buck, jetzt hängt der, also bei mir hängt er bei dir auf dem Rücken. Vorne, doch immerhin ins Letto. Ich, ich spawne dazwischen. Komm an hier hoch, Tom, der hängt dir auf dem Rücken. Also Green, wenn du magst, kannst du mittlerweile auch, glaub ich, wieder zurückkommen und selber hier kommen. Ja, da rennt ab der Straße ein anderer Spieler. Ja, das ist mir eh scheißegal auf Weltmisse, aber ich bin, ich spawne eh immer gleich irgendwo und nix. In der Scheiße, in der Pampa. Komm, wir können ja wenig zusammensterben. Was wolltest du sagen? Ja, stimmt. Info, was wolltest du sagen? Direkt vor mir rennt noch ein weiterer Sch... Typ mit Waffe. Weiterer Sch... Typ. Ich spreche ihn mal an und sage wahrnehmen. Bist du immer noch bewusstlos? Komm, voll outgirl. Ein bisschen Spaß haben. An der Sache. Nicht jetzt ernst nehmen, um traurig sein. Ne? Mann, schau mich an. Ich kann mich gut beherrschen. Total. Und weh, ich brech mir jetzt wieder die Beine bei dem Schiff, dann zersäge ich dieses Schiff in liebevolle Teile und steck sie liebevoll in das Gesäß des Schiffes. Wie? Das hast du aber schön gesagt. Soviel zum Thema beherrschen. Eben sagte ich, ja, ich kann mich beherrschen. In Ausdrucksart, aber nicht von mir halt. Ich sehe schon die Folge. Zwei Stunden lang nur rumgepiepselt. Du willst nicht hören, wie ich beim Fußballspiel mich auf Schweizerdeutsch aufrege? Du willst nicht hören, wie ich mich beim Fußballspiel aufregen kann. Ich raste aus. Ich glaube, das macht jeder fast tot. Also ich bin fast immer heiser nach dem Fußballspiel. Ja, aber auf Schweizerdeutsch musst du noch verstehen, ne? Das klingt bestimmt cool. Natürlich, das klingt cool. Ich könnte mir Plattdeutsch kontern. Voll set. Ne, ich bin den Dennis, wie gesagt. Könnte Hochdeutsch. Den Dennis bin ich, um Schweizer Fluchwörter beibringen. Ich bin auch Schweizer Fluchwörter. Ich habe Arbeitskollegen aus Bulgarien. Der bringt auch noch im Oberbayern gerade Fluchwörter auf Bulgarisch bei. Super. So, ich wessle mal zu eurem, sagen wir, da können wir ja alle zusammen sterben. Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin vorhin genau hier gespawnt. Genau hier, wo ich jetzt gespawnt bin. Irgendwo zwischen Dings und Dings in der Pampa draußen, wo ich mich nicht umbringen kann. Ich komme jetzt zu eurem Server. Vielleicht sind da irgendwelche Spieler, die nichts Besseres zu tun haben, das hier zu campen. Bei deinem Glück ist das Server jetzt wieder voll, weil es mich gerade wieder ein paar drauf ist. Ja, dann warte das Screen und du mal an. Na gut, dann hast du doch... Oh, ich habe dir eine Spieleinladung auszusehen. Habe ich gesehen. Sorry. Ach, kein Problem. Tom hat sich ausgelockt. Hm. Weil den Rucksack hatte Tom jetzt noch. Ja, und wie M4 auch. Meine ganzen 30er-Magazine liegen da unten. Oh. Musst dich alle liegen lassen. Für meine 60er. Die Munition habe ich mitgenommen. Und der Grün ist da. Der Bursch. Der Typ ist nett. Der Typ ist sehr nett, hat einen Clan. Wer? Wer ist denn der? Da ist Base-Tobas. Ach, da sind noch ein paar mehr drauf. Vielleicht trüten sie ja den Sniper und den anderen. Sagen wir mal Clan-Bruderschaft machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kannst du sagen, wir sind der Busch-Clan. Ja. Es sind fünf Stück von denen drauf. Also sie könnten das bestimmt schaffen. Wenn die nicht die Sniper sind. Die wollen mich, die wollen mich deren Clan vorstellen. Hast du immer noch gebrochene Beine? Nein, nein. Ich bin schon gestorben. Ach so. Infer, du gehörst uns. Ehrlich mal. Ja, aber wir könnten Verbündete gebrochen. Ja, das stimmt. Das Timeout. Ich geb dir Timeout. Es sind zu fünf Leuten hier auf dem Server vorhanden. Die Base-Leute. Nein, da wurden wir als Sniper. Alter, ich bin von Steam getrennt. Wieso? Du machst alles kaputt. Wieso bin ich von Steam getrennt? Internet? Nee, ich bin ja noch hier auf Teamspeak. Oder Steam-Wartungs-Updates. Ja, aber Teamspeak sieht immer nicht so viel. Ich bin in Steam auch abgemeldet. Ja, ich auch. Dienst ist nicht verfügbar. Wie soll ich euch jetzt nachjoinen? Schwierig. Kannst du nicht spielen drücken? Kommst du ja nicht auf den drauf, weil du eben nicht hier schon fast. Es gibt eine Anwendung, die heißt Game Tracker. Kannst du IPs rausfinden von den Servern. Ich habe die IP, glaube ich, noch die Adresse. Ich poste die mal gerade. Nee, habe ich nicht mehr. Das Lustige ist, es findet nicht mal mehr Server. Was ist doof? Leck mich, du schon. Wenn du auch spielen dricks, kommst du nicht auf unseren drauf? Oder bist du dann auch nochmals besser? Keine Ahnung, ich kann... Moment. Ich beende jetzt mal das Spiel. Ich glaube, Daisy will sagen, dass du schlafen gehen sollst. Ich gebe Daisy gleich schlafen gehen. Bitte im netten Ton, das jetzt Play läuft noch. Oder die Aufnahme. Läuft's noch. Das ist ganz toll. Daisy wird gestört. Lass raus, lass raus. Ich mach dich wie toll. Punkt, 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 Punkt. Lass es raus. Daisy-Steam. Ich f... St... Also wenn es jetzt wegen Steam nicht funktioniert, dann... ... ... ... ... ... ... ... Dann lässt die mir auch raus. Ich auch. Ausgerechnet jetzt. Team. Fick. Dich. Tom, ich hoffe du hast... ...nicht zugehört. Okay, er hat nicht zugehört. Tom? Man muss immer lieb zu den Sachen sein. Ich muss gerade ein bisschen zuhören, sorry. Ach, sorry. Du bist aber noch jung. Wir sind in der Fabrik in Sonnetschnee. Okay. Bist du mit dem Klan nur alleine? Keine Antwort. Oh. Ist gehört. Gleich wieder die Abo. Ja, er muss ja da gerade zuhören. Ja, das wäre ja nicht schlimm. Ich habe auf dem Handy nicht so viele Finger abgedrückt. Aber Thorsten, ich bin ganz wachsam und gucke auch aus dem Fenster, ob da jemand kommt. Das Let's Play ist nur gerade interessanter. Das merke ich nicht. Server antwortet nicht, Server antwortet nicht, Server antwortet nicht. Ich gebe dir, Server antwortet nicht. Das will ich sehen. Oder hören. Ne, das ist eher schwierig wahrscheinlich. Ich mute mich mal. Nein. Daisy wird gestartet. Informationslager. Spielt Daisy. Ich denk mal, ich bin wieder drin bei Daisy. Äh, bei Steam. Ja, ich auch. Ich auch. Tom Rips ist online. Informationslager. Spiel starten. Green spielt für Sie. Hey. Ich hab das gehört, das Spiel soll gut sein. Ich probier's mal aus. Vielleicht hab ich einen Spawn. Vielleicht hab ich gewonnen. Vielleicht hab ich gewonnen. Wie? Glück, da muss ich mich zuerst umbringen können. Für das muss ich jetzt zuerst 15 Minuten laufen. Damit du die gleiche Position wie er spawnst. Wenn das der Fall sein sollte, dann schreibe ich Valve an und sag ihm, dass er ein Ver... Ist, ne? Das ist ja nicht Valve, das ist ja Bohemia. Weil dieses Spiel ein Ist und er ein Ist, weil er... Das ist er, ne? Ihr habt alle nicht verstanden, was ich gesagt hab. Ja. Ist halt Early Access. Alpha. Alpha. Deswegen könnt ihr trotzdem die Spawn-Punkte nicht so an der Welt sitzen. Tja. Vor allem nur bei meinem Charakter. Bei meinem Fern-Charakter. Es ist wahrscheinlich der der Welt, aber man kann ihn davon auch sehen. Zum Glück zensiere ich hier alles so. Du kannst das bestimmt aber auch netter ausdrücken. Natürlich. Am Gesäß der Welt. Am Gesäß der Welt. Am Gesäß der Welt. Am Gesäß der Welt kann mich mal kreuzweise am Anus erfreuen und sich daran beglücken. Die am Gesäß der Welt. Indem er sich die... Jetzt ist das still. So. Ich renne jetzt mal zuerst 15 Minuten zum Schiff, um mich umzubringen. Also ich bin der Meinung, mittlerweile hätte ich mich eigentlich von da aus direkt hierher laufen müssen. Ja wirklich. Wahrscheinlich schon. Aber mittlerweile mache ich es nicht, weil irgendwann muss ich ja. Oh, Kim Jong-Un spielt auch. Der wird sich aber freuen. Ich sehe schon die nächsten Atombombe in Walves Haus hineinrasen. Deine verfickten Spawnpunkte. Du hast das Schiffwort gesagt. Ne, ich hab Kim Jong-Un zitiert. Achso. Der sagt das bestimmt. Ja. Wusstet ihr, dass er in Bern in die Schule ging, hier in der Schweiz? Was? Er hat hier in Bern studiert, in der Schweiz. Kim Jong-Un. Sein Vater hat ihn hier in die Schule geschickt. Kein Scheiß. Natürlich. In der Schweiz hat du total verkorkst. Deswegen müssen es ja alle Studenten in Nordkorea seine Frisur tragen. Wir Schweizer erschaffen Diktatoren, ne? Ja. Und? Wen habt ihr denn jetzt den Vogel da? Ähm, ja. Info, wo bist du? Fabrik Solnitschnee. Na, verdammt. Sie haben mich dorthin geführt. Ja, und ich hab die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Sie tun mich grade foltern. Echt? Wirklich? Was? Geht's ernsthaft? Hallo? Was? Jetzt redet ich doch schon wieder nicht. Wer? Ja, der Info. Wird grad gefoltert. Broadcasting live on Twitch. Wie Kerri, was hat ein Livestream gemacht? Info? TDS Info sprachlos oder fliegt wieder vom TS? Ne, ich glaub der hört da einfach zu. Ja, das häng ich auch mal. Ich hab mich grad von denen verabschiedet. Ich bin draus. Na toll. Ich bin kurz vor Solnitschnee gespawnt. Ach, fick die Henne. Ähm. Wo seid ihr alle? Was haben die mit dir gemacht? Ich bin nach Kamishovo gelaufen. Ja, ich komm auch nach Kamishovo. Ich bin beim Schiff. Was haben die mit dir gemacht? Äh, erst haben sie mich mitgebracht, haben gesagt, sie wollen mich nicht töten, sie wollen mir nichts tun. Dann waren sie zur 5. dort, haben so voll auf ernst gespielt, haben mir Fragen gestellt, haben mich verprügelt. Wollt mich unbedingt in ihren Clan aufnehmen. Oh nein. Und du hast nein gesagt. Dann hab ich gesagt, dass ich schon eine Gruppe hab mit der ich spielte und dann haben die gesagt, falsche Antwort, haben mich geboxt. Oh nein. Gehst du sicher in Clan hinein, wenn die so machen, ne? Das könnt ihr auch machen, Rollenspiele ernst machen. Wir sind lieb und nett, wir sind von der UN. Teng, du bist tot. Diesen Busch. Wir müssen alle Infizierten auslöschen. So nach dem Motto. Genau. Alle anderen Überlebenden sind infiziert. Nur Leute mit dem Dings-Busch können überleben. Genau. Alle, die der Busch sein können. Natürlich müssen es echte Busch sein. Es dürfen keine gefälschten Busch sein. Busch sein. Busch sein. Das erkennt man in umgedrehten Klammern. Genau. Und wenn wir jemanden entdecken, den wir nicht kennen, der im Clan ist, der wird erschossen. Also es ist dieser B-A-C-E-Tern. Auf dem Server. Alter, verarsch mich nicht. Ich spring hier von oben und brech mir nur die Beine. Also ich würde jetzt am liebsten eine M4 haben und würde sie alle abschießen. Kann ich nachvollziehen. Haben die sich so einen Opfernam mitgenommen, was? Denise. Ja. Hm. Kühlen, du bist jetzt eigentlich mittlerweile wieder gespawnt. Ich? Ähm, ich versuche mich wieder umzubringen, weil ich mir nur die Beine gebrochen habe. Wieder mal. Obwohl ich von genug hoch runtergesprungen bin. Ich bin beim Schiff. Kannst du hier nicht mal mehr selbst mal begehen? Nee. Bist schon wieder beim Schiff und hast nur die Beine gebrochen. Bist schon wieder beim Schiff und hast nur die Beine gebrochen. Ja. Hm. Ich bin aus Schiff hochgekehrt, aber untergestrungen war ich tot. Ja, ich habe das gleiche gemacht, nur dass ich nicht tot war. Ja, du warst nicht hoch genug. Doch, natürlich. Oh. Ich bin ein Idiot, ich... Info läuft auf der Straße? Am Straßenrand. Ich bin vorhin so weit gerollt, dabei musste ich nur hier hinrollen. Hier ist ja das Meer. Ich bin gerade an der Stelle vorbei, wo die dich abgeschossen haben. Ach ne, die ist jetzt erst... Das Wasser sieht schon schön aus. Wenn du dann schläfst, ist noch Wasser. Wenn du dann schläfst, ist noch Wasser. Ja. Äh. Ja, ich bin bei Spongebob gelandet. Was? Es regnet unter Wasser. Kann ich Licht machen unter Wasser? Wo ist alles ruint? Wo ist alles ruint? Turn on. Das Wasser, ist noch Wasser. Ja, ich bin bei Spongebob gelandet. Ich bin bei Spongebob gelandet. Ich bin bei Spongebob gelandet. Das Wasser, ist noch Wasser. Ich bin bei Spongebob gelandet. Ich bin bei Spongebob gelandet.